Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist gestorben. Das teilte die Konzernführung in Stockholm mit. Der Schwede starb 91-jährig in seiner Heimat Smoland. Kamprad hatte den heutigen Möbelriesen 1943 mit 17 Jahren gegründet. Das I und das K stehen für seine Initialen. E und A für den Bauernhof Elmtarüt beim Ort Agonarüt, wo er aufgewachsen ist. Seine Möbel, die zunächst in handliche Pakete verstaut werden konnten, eroberten die Wohnzimmer der Skandinavier und dann die der ganzen Welt. In über 40 Ländern kann man inzwischen Billi-Regale kaufen. Aktuell betreibt Ikea 348 eigene Einrichtungshäuser und 45 Einkaufszentren.